hey leute ich habe gesehen 500 abonnenten waren da weil wir das sind angekommen ich meine angekommen habe ich dazu bekommen meine habe ich jetzt erreicht und oh mein gott heute ich weiß nicht was ich tun soll ich bin verloren jedenfalls danke noch mal ich bin wirklich überrascht ich bin erst jetzt nach hause gekommen ich war tatsächlich vom mittag an bis ungefähr so halbe stunde vor dieser uhrzeit war ich noch dort in solothurn musste mit dem zug dorthin und musste mit dem zug wieder da ich habe den zug für hierher zurück fast verpasst ich musste springen da musste mit dem fahrrad noch mal hier in die nächste stadt oder so fahren 500 abo video kommt bald okay also tschüss auf wiedersehen schönen tag